Kettlerjagd war von der Rieder. Ist Mr. Yoshi da? Wen wollen Sie sprechen? Ist Mr. Yoshi da? Na, wir kennen keinen Yoshi. Könnte ich ihn kurz sprechen? Die Jungen, wir kennen keinen Yoshi. Wer sind Sie denn? Eddie Sakamura. Ich hab mit Victor Geschäfte gemacht. Wer waren Sie jetzt nochmal? Eddie Sakamura. Das ist ja der richtige Name, oder was? Ja, ja. Wir kennen ja weder einen Victor, noch kennen wir einen Yoshi. Und wer sind Sie? Ich bin... Rieder, das hatten wir aber schon. Ah, ich verstehe. Was? Lügen sind doch eine seltsame Sache. Hören Sie mal, Herr... Herr... Eddie Sakamura. Eddie Sakamura. Wir kennen hier weder einen Yoshi, noch kennen wir einen Victor. Sie sind hier bei Jagdwaffenhandel gelandet. Und wenn Sie irgendwie eine Jagdwaffe haben wollen, dann sollten Sie mir jetzt sagen, was Sie haben wollen. Aber einen Yoshi haben wir hier nicht. Lügen sind doch eine seltsame Sache. Sie können nicht einfach sagen, dass ich Sie lügen tue. Sie machen mich stinksauer. Ja, Sie mich... Sie mich ehrlich gesagt langsam auch. Kann man... Helga, gehst du mal bitte drüben ran. Ihre Nasen nicht aus dem Hass. Geh mal bitte an das andere Telefon. Das geht mir ja gründlich auf den Sack. Sagen Sie mir jetzt, was Sie haben wollen, oder gehen Sie mir aber bitte nicht mal auf den Zeiger. Von nun an arbeiten wir als Einheit. Wer? Sie und ich? Und eure Order kriegt ihr von mir. Ja, dann sagen Sie mir mal, was Sie ordern wollen. Ich treffe die Entscheidung, wie das hier läuft. Ja, dann sagen Sie einfach, wie das laufen soll. Tatsächlich? Ja. Es geht nicht um Geld. Sondern es geht um Waffen. Dann bestellen Sie oder bestellen Sie nicht. Aber wir haben ja weder eine Victor noch eine Yoshi hier. Es geht um Sie. Um mich. Wie lautet Ihr Plan? Ich denke, auflegen, wenn nicht gleich eine Bestellung kommt oder irgendetwas Vernünftiges. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Irgendwas Vernünftig. Wir haben ja den Yoshi. Wir haben ja nur Jagdwaffen. Victor, ich sage nur noch was weiß ich dann, was Sie wollen. Doso, Yoroshko. Bitte? Watashi was mit so des? Sie machen mich stinksauer. Sie wiederholen sich. Das ist absoluter Quatsch. Noch Fragen? Nein, ich lege jetzt auf, so wie es ist. Ja, ich lege jetzt auf.